Kommunen haben ein grundgesetzlich verbrieftes Recht auf Selbstverwaltung und Finanzhoheit. Demnach sind die Länder verpflichtet, Kommunen so auszustatten, dass sie alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft selbstständig erfüllen können. Das Geld dafür kommt im Wesentlichen aus Gebühren und Beiträgen, zum Beispiel für die Müllabfuhr, sowie vor allem aus Zuweisungen und Steuern. Das Steueraufkommen der Kommunen setzt sich zusammen aus der besonders konjunkturabhängigen Gewerbesteuer, Anteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer, sowie der Grundsteuer. Zuweisungen erhalten Kommunen vor allem von den Ländern, wenige vom Bund. Damit finanzieren sie überwiegend allgemeine Ausgaben. Es gibt einen Finanzausgleich zwischen starken und schwachen Kommunen und ein Teil der Zuweisungen ist zweckgebunden für bestimmte Investitionen. Die aktuelle Krise trifft die Kommunen doppelt. Die Steuereinnahmen brechen ein und die Ausgaben für Sozialleistungen steigen. Die Steuereinnahmen brechen ein und die Ausgaben.